Hi Leute! Was ist denn heute ein Schwimmbad? Ja, wer sieht? Hoffentlich kommt einmal einer Online-Hopital. So, wir übernehmen nun die Kamera und seht euch das an. Ein gutes Schwimmbad. Wenn ihr auf dem Leicht schwimmt, wissen wollt, wo ihr gedreht werdet. Im Spital im Hallenbach. In der Raucherperle. Hi! Ciao, boys! Ciao! Ciao, boys! Yo, yo, yo! Kommt immer du!